Ach, da hinten? Okay. Ah. Ja, hallo, hier ist mal wieder der Odi. Wir stehen hier an der Sterbekebrücke. Das ist auch eine Talbrücke der A45, die heute gesprengt wird. Drei Wochen nach der Sprengung der Rahmetealbrücke sprengt der Sprengmeister Michael Schneider heute diese Brücke. Seid dabei, viel Spaß, der Odi. So, die Fettfinger da drauf. Das geht ja nicht weg. Das war Dirk mit der Kaffee. Bein, hat noch hoch. Das war aber auch die Rieger. Aber Mama hat mir noch drei Wochen Fester geprüft. Aber Mama hat mir noch drei Wochen Fester geprüft. Aber Mama hat noch drei Wochen Fester geprüft. Ich sag so, meinst du, ich bin voll die Eier, das stoppt nicht. Das stoppt nicht rein. Ja, klar. Da unten fährt gleich immer alles schnell. Cool. Ja, toll. Ach so, was ist das? Ach so, was ist das? Ach so, was ist das? Ja, das war Dirk mit der Kampruhe. Super, nein. Super. 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 Aber Mama hat mir noch drei Wochen Fester geprüft. Ja, das war's. Ich sag so, meinst du, der ist voll die Eier, das stoppt nicht rein. Das stoppt nicht rein. Ja, klar. Nee, da unten fährt gleich immer alles schnell. Cool. Ja. Ja. Ich weiß. Ja, das war's. Ich glaube. Ja, das war's. Ja, genau. Ja, genau. So, was, ja? Oh, der hat den Fettfinger da drauf. Oh, Mann. Hey, 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 hey. Das geht gar nicht. Oh. Der Rigg war sehr gut, Alter. Der Rigg ist schon gut, was ich so. Ich hab, so, der, das war Dirk mit dem Kampruhe, war da. Hahaha. Das war's für heute. Aber Mama hat mal drei Wochen auf den Fenster geprüftet. Ja, das staubt nicht. Ja, das staubt nicht rein. Ja, klar. Cool. Dumm. Aber Mama hat mal drei Wochen auf den Fenster geprüft. Ja. Aber Mama hat mal drei Wochen auf den Fenster geprüft. Ja. Wie sagte du, du meinst, der hat den tollen Eier. Ja, das staubt nicht rein. Das staubt nicht rein.